Hey Leute, hier ist wieder euer Tyson mit einem klitzekleinen Weihnachtsvideo. Ja, ich weiß, ich hätte hier vielleicht ein Special draus machen können, aber ich hab mir gedacht, dass ich vielleicht stattdessen ein neuer Sub-Lobby machen werde. Und zwar findet die am 31. Dezember um genau 18 Uhr statt, das heißt genau die gleiche Uhrzeit wie die letzte Sub-Lobby. Ich hoffe, ihr könnt alle um die Uhrzeit und seid noch nicht bei Freunden, wegen Silvester oder so. Und ja, also haltet euch die Zeit frei, wenn es geht. Denn das wird die letzte Sub-Lobby für euch sein, zumindest für die Leute, die jetzt in meiner Freundesliste sind. Denn am 1. Januar werde ich wieder alle löschen, damit halt auch andere die Chance bekommen, mich wieder zu enden. Wenn ich die alle gelöscht habe, werde ich das aber auch nochmal sagen, also jetzt nicht irgendwie in Panik geraten, falls ihr das vergessen solltet. Ja, also merkt euch die Uhrzeit der Sub-Lobby und ja, merkt euch den 1. Januar, falls ihr nicht in meiner Freundesliste seid. Und ja, soviel zur Sub-Lobby. Jetzt komme ich auch gleich mal zum nächsten bevorstehenden Special. Und zwar geht es jetzt hier um das 1000-Sub- bzw. Abus-Special, das ja bald kommen wird. Nämlich habe ich mir da überlegt, mal ein großes FAQ zu starten. Also ihr stellt mir irgendwelche Fragen, das kann von wie nimmst du auf bis hin zu ziemlich privaten Dingen gehen. Wobei ich halt immer bei Letztum entscheiden muss, ob ich das jetzt wirklich beantworten will oder nicht. Und ja, dann schreibt einfach mal eure Fragen in die Kommentare dieses Videos. Und das war es eigentlich dann auch schon von mir. Ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Weihnachten. Lasst euch schön beschenken, bleibt immer schönartig. Und dann sehen wir uns spätestens bei der Sub-Lobby am 31. Bis dann Leute, schöne Weihnachten.